Hi, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Heute lernst du, wie du diese Wolfsaugen zeichnest und zwar mit Pastellstiften. Wir benutzen dafür natürlich wieder die Capotello Stabilo Pastellstifte. Du kannst aber auch Pit Pastellstifte nutzen oder jegliche anderen Pastellstifte. Aber ich arbeite am liebsten mit den Stabilo Capotellos. Man kann dann auch noch die Derwent Pastellstifte benutzen oder auch die Pit Pastellstifte oder die Pastellstifte von Carandage. Aber die Pastellstifte von Carandage sind relativ teuer. Also als Anfänger brauchst du dir diese nicht zu kaufen. Okay, wir legen los. Ich zeige dir gleich, welche Farben du genau brauchst und wir zeichnen auf Pastelmat. Das ist ein spezielles Pastellpapier und das sage ich dir auch gleich, was du dafür brauchst. Okay, also ich zeige euch hier, was ihr braucht für die Augen. Hier ist die Farbtabelle. Die könnt ihr auch einsehen einzeln. Ihr benötigt ein Wischer, Papierwischer und dann einige von Stabilo Capotello Stiften. Ich habe hier auch noch zwei Grautöne von Derwent Pastell benutzt, aber ihr könnt auch die Grautöne von Carbotello benutzen. Dann habe ich zwei Blautöne von Derwent benutzt und zwar vor allem dieses helle Blau. Es gibt auch ein Blau bei den Stabilo Stiften, aber so ein helles Blau haben die leider nicht. Und man sieht, der Stift ist schon ein bisschen kürzer. Also diesen benutze ich wirklich sehr oft. Das ist so ein ganz helles Baby Blau, also diesen bräuchtet ihr schon. Und natürlich braucht man noch ein Pastelmat Block und zwar nicht die Nummer zwei, sondern die Nummer eins. Also, es sind verschiedene Farbtöne immer drin. Also ein Pastelmat Block werdet ihr brauchen. Und die Nummer und welchen Ton. Das ist nämlich das hellgrau für den Wolf. Ein hellgraues Pastelmat braucht ihr auch. Okay, los geht's und ich wünsche dir viel Spaß beim Malen. Also jetzt geht's los mit einem schwarzen Pastellstift. Ich benutze hier den Stabilo Carbotello. Da zeichne ich erstmal die Linien. Ich habe mir natürlich die Zeichnung, also das Bild, die Augen vorher angezeichnet. Ihr habt ja auch ein Foto von dem, von der Vorlage. Habe ich euch auch zum Download bereitgestellt. Und das könnt ihr euch dann halt durchpausen. Und ihr solltet benutzen, am besten ein graues Pastelmat. Weil der Wolf ist ja weiß-grau. Und dann ist es am besten, dass man ein Pastelmat benutzt, welches so in dem Farbton eigentlich relativ ähnlich ist. Hier male ich erstmal mit einem blauen Stift. Das ist so ein mittleres Blau. Hier war das von Derwent, der P320. Der heißt Cornflower Blue. Bei den Derwent-Pastellen haben die Nummern. Also die Stifte hat auch noch Namen. Bei den Stabilo Carbotellas gibt es keine Namen. Also, aber es spielt ja keine Rolle. Also es war erstmal ein blauer Stift, den ich so ein bisschen benutzt habe. Jetzt bin ich wieder zurück zu dem schwarzen Stift übergegangen. Und gehe auch noch mal jetzt mit einem Grau drüber. Die Rinder um die Augen, die sind wirklich schwarz. Also die werden auch wirklich schwarz ausgemalt. Ja, ich versuche manchmal halt auch so ein bisschen zu überlegen und zu probieren. Vor allem an dem ersten Auge. Das zweite Auge ist dann immer ein bisschen einfacher. Weil man da ja schon das erste gemalt hat und da weiß man halt auch welche Farbtöne man benutzen kann. Und beim ersten Auge, da passiert es auch oft so, dass ich so ein bisschen rumprobiere. Jetzt nehme ich halt auch noch den Wischer und wische das Pastell ein bisschen in das Papier ein. Und dann gehe ich einfach wirklich nur erstmal leicht drüber bei den Konturen. Aber die sind ja schwarz. So, jetzt gehe ich nochmal mit einem Blau drüber. Denn oft ist es so, dass man bei allem, was irgendwo schwarz ist, dann noch irgendwo blau drin ist. Also alles, was bei Tieren in schwarz gemalt wird, da ist versteckt auch noch so ein bisschen bläuliches. Und unter dem Lid, also da drunter, da ist ja nicht alles richtig schwarz, sondern so ein bisschen gräulich, bläulich. Und ja, das kann man dann halt auch mitmalen. So, jetzt gehe ich mit einem Grau hier rein. Das ist der von Derwent Pastell, das Aluminium Grey P680. Man kann aber, ihr könnt aber auch ein ähnliches Grau von Capilostar Botello nehmen. Ich habe so ein bisschen hier mit verschiedenen Pastellstiften gearbeitet. Ihr müsst es halt einfach mal ausprobieren auf einem Schmirgelpapier, das ihr auch noch da euch hingelegt habt. So, die Mitte des Auges, also die Pupille, die ist wirklich schwarz. In den meisten Fällen. Man kann natürlich beim Pastell, das ist das Positive dran, man kann über das Dunkle auch mit einem Hellen drüber gehen. Bei einem Künstlerfarbstift wird das zum Beispiel nicht möglich, aber bei einem Pastellstift geht das. Ja, und jetzt müsst ihr einfach nur schauen, euch das Auge richtig angucken und dann einfach, ja, euch ganz langsam und vorsichtig vorarbeiten. So, jetzt nehme ich nochmal so ein Gelb. Ich glaube, das war hier von Capotello die Nummer 105. Das ist nicht wirklich ein Gelb. Das ist so ein Cremefarbenes Gelb. Also bei Stabilo Capotello haben die Stifte keine Namen. Und das ist übrigens ein Farbton, den ich bei Tiermalerei sehr viel verwende. Man sieht auch, ich habe hier einen Stift, der schon ein bisschen aufgebraucht ist. Ich habe zu Hause eigentlich auch, ich habe mir natürlich das Capotello Set irgendwann mal gekauft, aber ich ergänze die Stifte halt immer. Und von denen, die ich am meisten benutze, da habe ich eigentlich auch immer irgendwo welche stehen als Ersatz, ne? Damit ich jetzt nicht wegen einem Stift irgendwie zum Künstlergroßhandel fahren muss. So, da habe ich jetzt so ein Orange benutzt und ein bräunliches, bräunliches Orange heißt das. Das ist die Nummer 620. Ähnlich ist auch die Nummer 680. Also man kann entweder das eine oder das andere benutzen. Und die eine ist ein bisschen heller und die andere ist ein bisschen dunkler. Jetzt gehe ich nochmal mit diesen Cremefarben rein. Das ist die 105 und arbeite mich da weiter voran. Beziehungsweise, ja genau, weil das Orangene ist ja ein bisschen dunkler. Und dieses Cremefarbene 105 ist nicht ganz weiß, aber so Cremefarben. So. Jetzt nimmt man wieder so ein dunkleres Grau. Ich habe hier auch einen von Conte benutzt. Ich wollte die mal ausprobieren. Ich habe mir da welche gekauft, zwei oder drei Stück. Aber die werde ich jetzt eigentlich nur noch als Reserve benutzen, weil die sind mir zu dick. Also die Stifte an sich sind sehr dick und die kann man eigentlich, die passen in keinen Anspitzer. So, und jetzt wieder zurück zu den Carbotellos. Jetzt nehme ich einen Schwarz. Ja, und arbeite mich hier weiter voran. Ihr müsst einfach schön immer auf das Foto gucken und schauen, was ihr da am Halt. Also beobachten ist wirklich sehr wichtig. So, oben immer schön weiter ausmalen. Jetzt nehme ich wieder dieses Orangene Braun. Das war die 620, weil in dem Auge ist ja auch Orange und Gelb. Und das Blau, das sind meistens die Lichtreflexe. Die sind so leicht bläulich. Und jetzt wieder mein Lieblingsstift, der 105. Ja, da müsst ihr einfach wirklich gucken, wie das Auge aussieht und euch wirklich vorantasten. Wenn ihr was falsch gemalt habt, dann ist das nicht so schlimm, weil ihr könnt ja immer wieder drüber gehen. Also beim Pastell ist es halt immer etwas einfacher. Ja, wie man sieht, man muss halt wirklich ein bisschen langsam machen und Ja, jetzt kommt noch mal wieder die 105. Ich habe für den Wolf schon einiges an Pastellstiften benutzt, aber dieses Auge, dieses Wolfsauge ist noch relativ einfach. Deshalb ist das erste Tutorial mit diesem Auge. Jetzt kommt wieder ein Gelb rein und ich habe hier auch nicht von Capotello, sondern voll von Derwent Drawing genommen, aber diesen Farbton gibt es auch in Capotello Stabilo und das war die Nummer 205. Also das war ein richtiges Gelb. Und jetzt kommt noch ein anderer Lieblingston von mir, das ist die 690. Also dieser Stift ist wirklich auch, ja, das ist so ein dunkleres Gelb. Wirklich ein toller, toller Ton. Den benutzt man auch sehr oft bei Tiermalerei. Und jetzt kommt ein Grün. Das ist eigentlich das einzige Grün, was man hier benutzt, aber in dem Auge ist schon ein bisschen was Grünliches. Man kann zum Beispiel von Stabilo Capotello die Nummer 570 nehmen vorhin. Also ein bisschen grünlich ist in dem Auge auch. Und vor allem ist es auch so, dass wir natürlich als Künstler, wir haben auch die künstlerische Freiheit und wir können das ein bisschen intensivieren auch, was wir da malen. Und so, jetzt gehe ich nochmal mit einem, also es ist kein schwarz, sondern ein dunkles Grau. Und da gibt es bei Stabilo Capotello die Nummer 726. Das ist so ein schönes dunkleres Grau, was man oft benutzt. Ja, oben rum, über das Auge, da sind so ein bisschen Härchen. Die muss man schon andeuten. Hier nehme ich auch so ein dunkleres Grau, um hier unten rum auszumalen. Also ich schaue schon, ob ich jetzt irgendwo, wo es dunkel ist, da gehe ich nicht direkt mit schwarz drüber, sondern nehme oft erstmal das dunkel Grau. Und dann kann ich es ja noch verdunkeln. Ich kann es aber auch aufhellen, das ist kein Problem. Ja, wie gesagt, dieses Wolfsauge ist noch relativ einfach. Das ist ein einfaches Auge. Katzenaugen sind schon viel, viel, viel schwieriger, weil die ja wirklich sehr bunt sind und da sind sehr viele Pastellstifte nötig. Hundeaugen sind dafür einfacher, weil die meistens irgendwie dunkelbraun sind. Und, okay, es gibt auch Hunderassen, die blaue Augen haben, klar, wie der Husky und so. Wölfe haben ja meist gelbliche Augen. Ja, also ihr müsst wirklich gut aufs Foto gucken und euch ganz kleinschrittig vorarbeiten. Hier wieder so ein dunkleres Grau. Man kann das eigentlich ganz gut erkennen an den Stiften, welche Farbtöne man nutzt. Falls euch was irgendwie zu dunkel oder zu hell ist, dann nehmt ihr wieder einen anderen Stift und probiert es einfach mal aus. Also ganz, ganz kleine Pünktchen, wirklich ganz vorsichtig drüber gehen. Und dann, wenn ihr euch auch noch ein bisschen jetzt kommt ein helles Blau zum Einsatz. Dieser helle Blauton, den gibt es nur bei Derwent. Bei Pit Bastel gibt es den auch. Und bei Carandage. Das ist der, wenn das so ein Babyblau, Spektrum Blue heißt das, 32F. Leider gibt es so einen Farbton bei Stabilo Capotello nicht. Also der gibt ja auch einen helleren Blauton, aber der ist nicht so hell. Und den braucht man auch öfters fürs Auge. Ja, und immer wieder dann mit dem Schwarz reingehen und korrigieren und ein bisschen alles ein bisschen weicher machen und immer verschiedene Farbschichten. Also sind wirklich sehr viele Farbschichten hier dran. Auch in dem Auge arbeitet man dann auch mit so einer punktuellen Technik, also wie so Punkte. Vielen Dank. So, und es geht weiter. Jetzt in dem Augenwinkel, also oben, da ist es alles schon ein bisschen dunklerer. Da gehe ich entweder mit so einem Grau ein bisschen rein oder mit dem Schwarz. Und so, und immer wieder so ein kleines Pünktchen machen und immer wieder wirklich schauen. Hier wieder so dieses Spektrum Blue, das ist so ein ganz helleres Blau. Das ist ganz wichtig, weil das oft unter dem Auge ist, so eine Linie. Und die ist nämlich nicht weiß, sondern so gräulich-hellblau. So, ich arbeite auch oben bei den Härchen oder halt oben in dem Auge auch ein bisschen negativ. Da gehe ich mit einem hellen Blau nochmal rein und dann nochmal mit dem Schwarz. Joa, in der Mitte gehe ich nochmal mit Schwarz rein. Und das ist auch wieder dieser 105, die Nummer 105, die benutzt man relativ oft. Jetzt kommt das erste Mal das Weiß zum Einsatz, weil, also der Wolf ist schon weiß, daher muss ich natürlich schon weiß benutzen. Und diese ganzen Härchen über dem Auge, ja, da muss jemand halt auf das Foto gucken. Man muss dieser Linie, der A, der, so wie das Fell einfach fällt, die Richtung des Fells, muss man halt schon folgen. Ja, jetzt geht es nämlich los, dass ich so ein bisschen mit dem Fell A anfange. Deshalb habe ich hier auch ein graues Pastelmat gewählt, weil weißes Fell, da ist ja meist gräulich drunter. Also man muss gucken, wie der Schatten da ist. Unter dem Auge sind auch viele kleine, dunkle, feine Härchen. Die male ich jetzt halt unter dem Auge mit dem schwarzen Pastellstift. Und in der Ecke ist es auch noch relativ schwarz, dunkel. Also das ist auch der schwarze Pastellstift. Ja, und um über dem Auge, bei dem schwarzen, bei dem weißen, Entschuldigung, bei dem weißen Fell, dazwischen sind natürlich auch dunklere Haare, beziehungsweise alles da drunter ist halt etwas dunkler. Und das ist, diese weißen Haare, die werfen auch so einen kleinen Schatten. Da muss man halt abwechselnd mit dunklen Pastellstiften und mit hellen Pastellstiften arbeiten. Ja, jetzt geht es los halt mit diesen kleinen Härchen unter dem Auge. Wie gesagt, ich arbeite meistens wirklich doch relativ langsam. Man kann jetzt alles ein bisschen schneller malen halt auch. Aber ich lasse mir da richtig Zeit. Ich beobachte dann das Foto, also wie das da drauf aussieht. Wobei es ist wirklich so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Wolf als freiberufliche Arbeit male, muss jetzt nicht alles zu 100% stimmen. Ich kann auch mit dem Fell ein wenig künstlerischer umgehen, da vielleicht noch ein paar andere Farbtöne reinbringen. Wenn ich jetzt mit einem richtigen Auftrag anfange und an einem Hunderporträt arbeite, das wirklich realistisch gemalt werden soll, da stimmt natürlich alles. Das Innere des Auges habe ich auch noch mal ein bisschen ausgemalt. Und jetzt bin ich mit einem Indigo Pastellstift hier reingegangen. Das ist das Indigo Hart, die Nummer 760. Also dieser Stift wird oft benutzt, wenn man auch irgendwo schwarz malt. Dann nimmt man auch sehr oft noch das Indigo dazu. Weil nur schwarz ist ja eine tote Farbe, sozusagen. Und man muss das nur ein bisschen Lehm reinbringen. Ja, jetzt noch ein bisschen weiß. Jetzt geht es mit den Haaren los. Und das ist dann jetzt wieder natürlich ein Geduldsspiel. Man muss sehr geduldig sein. Und ganz wichtig ist, was ich natürlich vergessen habe anzusprechen, ganz wichtig ist, ihr müsst die Stifte anspitzen. Also die müssen schon spitz sein. Jetzt arbeite ich wieder mit dem Indigo. Und zurück noch mal zu dem Anspitzen. Wie könnt ihr Pastellstifte anspitzen? Pastellstifte haben leider die Tendenz, in einem Anspitzer zu brechen. Aber was ihr immer haben müsst, ist ein, oder du haben musst, ist ein Anspitzer. Anspitzer, ein Cutter, ein sogenannter Cutter oder ein Teppichmesser. Und ansonsten Anspitzer, Metallanspitzer. Was aber wichtig ist, ihr müsst dafür auch genug auswechselbare Klingen haben. Und diese Klingen, die kann man ja wirklich abschrauben und dann wieder dran schrauben. Die gibt es im Künstlergroßhandel total günstig, drei Stück für ein Euro. Oder ihr könnt es, glaube ich, auch im Internet bestellen. Und ihr braucht halt jetzt nicht, ständig einen neuen Anspitzer zu kaufen, sondern nur die Klingen. Ich werde dazu, glaube ich, noch ein Video machen. Frei für jeden bei YouTube. Das werde ich aber hier auch noch online stellen, wie man Pastellstifte am besten anspitzt. So, jetzt geht es weiter. Ich habe das jetzt ein bisschen vorgespult. Ihr könnt das also auch ein bisschen, die Linien auch ein bisschen schneller malen. Oder ihr könnt halt ein bisschen vorspulen jetzt, ja. Also die weißen Haare und dazwischen mit dem Indigo. Da gehe ich rein. Das ist die Nummer 760. Und auch ein bisschen mit dem Schwarz, die Härchen. Also man muss darauf achten, dass die Übergänge auch wirklich fließend sind. Dass das jetzt nicht so abrupt endet, das Auge, und dann aussieht, als ob das irgendwie reingesetzt, draufgesetzt wäre. Das heißt, ich korrigiere halt immer wieder. Ich wechsle hier ab zwischen dem Indigo, zwischen dem weißen Pastellstift und zwischen dem schwarzen Pastellstift. Und später wird auch noch ein Grau dazukommen. No? Ja, dank Lord. Vielen Dank. 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 So, ich habe mich entschieden, noch ein bisschen mit hellgrau da reinzugehen in das Fell. Und ich hatte hier an der Seite, entweder war das ein schwarz oder ein ganz dunkles Grau. Und jetzt gehe ich noch mal mit hellgrau drüber. Ja, vor dem Stabilo Cabotelo, das ist ein helleres Grau. Das dürfte die Nummer 704 sein, glaube ich, das war ein kälteres, helles Grau. So, ihr probiert es einfach aus. So, ihr probiert es einfach aus. Und dann wieder mit einem helleren Grau. Und dann wieder mit einem helleren Grau. Und dann wieder mit einem helleren Grau und dann einfach weiß drüber. Und dadurch entsteht halt dieser 3D-Effekt, diese Tiefe. Ja, und über dem Auge sind es halt verschiedene Grautöne, die ich benutze. Ich male hier zum Beispiel mit einem Grau drunter. Ich habe zwar ein graues Pastelmat, also ein graues Pastelpapier. Aber das ist ein bisschen heller und ich male jetzt doch erstmal mit einem etwas dunkleren Grau. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Weiß drüber. Na, weil unter dem Weiß ist natürlich auch alles etwas dunkler. Ich habe noch keine Gegeneien in den experimenting zu machen. Und jetzt gehe ich dazu auf. Bitte liebe mich hierin an. Und jetzt geht es nochmal mal aus. Okay, ich habe hier ein bisschen vorgespult, so ein bisschen viermal schneller die Geschwindigkeit. Ihr könnt euch das gerne jetzt mal in der Vorschau ein bisschen anschauen und dann einfach selbst machen und wir treffen uns dann gleich wieder. Ja, unter dem Auge, da ist auch eine Stelle, da sieht man auf dem Foto, da ist es ein bisschen dunkler. Das heißt, ich gehe halt wirklich zuerst mit dem dunkleren Grau und mit dem helleren Grau da rein und bereite das vor, das was unter dem weißen Fell sein soll. Und gehe dann mit dem weißen Pastellstift über diese dunklere Fläche drüber und dadurch entsteht diese Tiefe und dadurch habe ich halt eine dunklere Fläche unter dem weiß. Und so funktioniert das eigentlich beim Fell immer. Und so funktioniert das eigentlich. 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 Und so funktioniert das eigentlich.